Musik Wunderschönen Sonntag, willkommen zurück, Poly Bridge 3 Master Mode, die schwerere Variante von Poly Bridge. Level, die wir schon kennen, wurden überarbeitet und damit schwerer gemacht. Und wir sind hier an dem Looping für ihn. Er hat schon teilweise fast funktioniert. Ich bin jetzt hier so ein bisschen am Rumdoktoren, auch finanzieller Art. Brauchen wir die beiden Seile eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Weil er primär nach rechts gehalten wird, deswegen hilft uns hier diese Wand auf jeden Fall. Brauchen wir die hier unten noch? Zumindest, ich glaube, links brauchen wir sie, um ihn vor allem nach rechts fallen zu halten, oder? Nee, brauchen wir nicht. Cool, cool. So. Ich bin schon so ein bisschen am finanziellen Gucken, was man eventuell braucht und was nicht. Jetzt wirst du brechen, leider. Oh, du brichst. Was ist denn, wenn wir die eins nach dem anderen wegmachen? Funktioniert es immer noch? Nee, dann nicht mehr. Okay. Es passt aber hier auch noch nicht hundertprozentig. Mein Problem ist, ich habe leider keine Federn. Reicht das hier? Er darf halt den Flug, wollte ich sagen, nicht verändern. Ja, leider machst du das aber. Du musst da schön ins Ziel gehen und da musst du ihn aber reinlenken, ja, aber auch nicht zu weit. Ich will, dass du hier aufprallst. Wenn du nämlich hier aufprallst, haben wir eines der größeren Probleme relativ zügig gelöst. Und zwar das Ausgleichen der Geschwindigkeit. Jawohl. Und jetzt kommst du nämlich theoretisch fast bis ins Ziel. Das ist eine Kleinigkeit, die jetzt noch gelöst werden muss. Großes Problem bist du, weil du jedes Mal brichst. Deswegen will ich mal nicht so sein und ich gönne dir hier mal einen Muskel. Allerdings glaube ich, dass ich dir erstmal nur einen Holzmuskel gönne, weil der günstiger ist. Und im besten Falle auch den Job erfüllt. Im besten Falle, sagte ich. Willst du jetzt brechen? Jetzt brichst du. Dann machen wir aus dir auch einen Muskel. Und dann müssen wir anschließend oben ein bisschen Stahl durch Holz ersetzen. Jawohl. Jetzt geht es noch darum zu gucken, er schafft es bis ins Ziel. Also machen wir jetzt da oben Holzdreiecke draus. Und dann sind wir auch wieder im finanziellen Rahmen, weil ich sage es in jeder Episode. Mein Ziel ist es, die Level natürlich zu schaffen. Aber dabei vor allen Dingen im Budget und ohne Bruch zu bleiben. Sprich eben hier oben grüner Balken. Und ja, es darf nichts kaputt gehen. Zerbrechen darf es erst, nachdem bereits das Ziel erreicht wurde. Weil dann auch das Spiel sagt, das Level wurde ohne Bruch gelöst. Ungefähr... Hm. Fast so, würde ich sagen. Also es wäre nicht zerbrochen, aber die Landung passt jetzt nicht mehr. Dadurch, dass hier oben jetzt Holz ist, fällt das alles ein bisschen anders. Jetzt aber bis zu diesem Punkt, wo es gebrochen ist. Ergo, verbessern wir hier nochmal. Okidoki. Du kriegst hier noch eine weitere Straße. Und zack. Und jetzt haben wir es, oder? Fährst du jetzt ins Ziel? Jetzt kippt er da wieder anders um. Also wir werden hier so ein bisschen die Landung verändern. Da ist es zu weit. Ein bisschen nach innen. Noch nicht ganz. Ich glaube, ich könnte hier sogar ein bisschen kürzen, um mir hier ein bisschen mehr Freiraum zu geben, weil er sehr weit rechts landet. Das ist doch das Ziel. Nichts kaputt gegangen, oder? Alles gut? Alles gut. Wir haben es geschafft. Weiter geht's. Gucken wir uns die Lösungen an. Günstigste Variante. Natürlich von No Problem, weil der hat niemals Probleme mit den Leveln. Ah, das ist gut. Und mir gefällt es, wie er da aufprallt. Weil er hat hier gar nicht durchgezogen die Straße, sondern wirklich... Also das ist cool, dass ich darauf nicht kam, ärgert mich. Aber das hier ist genial, wie er aufdotzt und dann eben perfekt landet zum Weiterfahren. Chapeau. Airman. Ähnliches Konzept. Hat ihn aufgefangen, runterfallen lassen und dann die Straße durchgezogen. Auch gut. Suns Undertale. Schöner Looping. Mit farblicher Veränderung aufgrund des Stresses. Das ist fast das Gleiche. Standing By. Hat er vor allem den coolen mit den Bremsen hier. Um ihn langsamer zu machen. Und dann nochmal so ein kleiner Sprung ins Ziel. Schöne Lösungen. Gefallen mir. A Rosolino. Also ähnlich wie vorhin, das wir schon gesehen haben. Hier vollgezogener Looping. Schön rund. Ganz smooth, wie er da ins Ziel geht und drüber hinaus fliegt. Und dann haben wir noch Team Games. Gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. 99.900. Ein paar Dinger runterfallen lassen, damit es dramatischer wirkt. Nämlich ein kleiner Looping. Dann da hoch zum zweiten Looping. Dann dran vorbei. Und wieder zurück. Und dann erst ins Ziel. Elegant. Gut, weiter geht's. New Heights Master Mode. Containertrucks sind nun Flatbed Trucks. Budget ist ein bisschen höher. Aber Patricks Polybox. Patricks Polybox. Bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ich befürchte, dass die höher sein müssen, oder? Ich weiß nicht, ob das hier durchgängige Fahren sind. Ich glaube nicht. Das heißt... Ja, hier ist die gelbe Flagge. Ich befürchte, wir müssen den gelben Wagen nach oben bringen. Den blauen auch. Ich schätze, für den grünen reicht es gerade so. Das hat... Gab es das nicht schon als Weekly? Kann das nicht sein? Ich habe ein unglaubliches Déjà-vu, was dieses Level angeht. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, wenn ihr das Level seht, aber... Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in einem... Es könnte daran liegen, dass es natürlich ein Master Mode ist. Und dementsprechend die Level per se ja schon einmal in einer Art und Weise da waren. Aber es kommt mir halt echt so vor, als hätte ich das vor nicht allzu langer Zeit gespielt, wo ich mich dann am Problem hier hinten hatte. Äh, und die... Die Autos nicht zu deren jeweiligen Check... Das war doof. Deren Autos... Oder die Autos zu deren jeweiligen Checkpoints bekommen habe. Weil die... Oder zu deren Flaggen bekommen habe, weil die Flaggen einfach einen Ticken höher waren. So wie hier auch. Bin mir nicht ganz sicher. So. Machen wir hier mal ganz kurz den Ticken niedriger. Dass wir von unten das Ganze stabilisieren. So. Und da versuchen wir es auch so zu machen, damit es sinnig ist. Was die Verbindung angeht. Ach, schade. Bisschen höher hier. Dann gucken wir uns das doch mal an. Was haben wir hier an Gewichten? 14, 14, 24, 5, äh, 24, 31, 5, 35. Das wird nicht halten. Das wird nicht halten. Ich nehme mal an, ich werde hier, ähm, nochmal Arme hinmachen müssen, die nach oben gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alleine schon hält. Also wahrscheinlich hier nochmal ein Seil runter. Bis hierhin mit Seilen, damit das Ganze eben stabil ist. Ja, 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 ja. Ja. Da war ich mir relativ schnell, relativ sicher, dass das der Fall sein würde. Eventuell würde es auch mit ein paar Muskeln funktionieren, aber... So, müsste es auch gehen. So, reicht das schon? Ansonsten machen wir es gespiegelt nochmal auf die rechte Seite. Das reicht. Eventuell reicht das Holz da nicht. Ich mache mal weg. Und zack. Bumm. Gelöst. Es, es könnte natürlich jetzt sein, dass, ähm, tatsächlich... ...die Flagge doch bis nach unten gereicht hätte in Gelb. ...und das hier gar nicht nötig gewesen ist. Es kommt mir so vor, als würde der... ...hätte der Gelbe hier unten auch als Ziel erreicht angezeigt. Aber wir werden es sehen. Egal. Funktioniert. Ohne Bruch. Wir sind da. Ich wusste doch, ich habe das schon. Das war schon ein Daumen hoch. Was ist hier los? Ich habe gewusst, ich kenne das. Das auch. Jetzt habe ich die Level nochmal gespielt. Der ist ein Sprung zurückgegangen. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir alle Welten gemacht haben. Aber wie ärgerlich. Ich wusste, ich hatte da ein Déjà-vu, was das Level angeht. Immerhin. Es hat sich... ...es hat sich gezeigt, warum ich Déjà-vu hatte. Wow. Okay. So viel dazu. Es tut mir leid, dass wir das jetzt gemacht haben. Dann seht ihr eben hier nochmal Wiederholungen. Vielleicht habt ihr es auch schon geschrieben in die Kommentare. Okay. Also. Wir gehen jetzt hier in die Bifrost World. Bifrost Band Master Mode. Forced Drawbridge Master Mode for Team Games. schon festgemacht. Eine Hydraulik bleibt. Ich kann die hier, aber... Ich kann die hier weg machen, wenn ich will. Also. Es ist ein Vorschlag, es so zu nutzen. Und ich würde jetzt den Vorschlag halt einfach mal nutzen, wie er da eben angezeigt wird. Und dann gucken wir halt mal, was passiert. Wenn wir das so machen. Würde das schon halten und funktionieren? Nee. Würde es nicht. Wann? Es passiert alles gleichzeitig. Wir haben keine Straßen. Also keine Straßen zur Verfügung. Wir haben nur eine einzige Phase. Was genau oder wie genau soll das gehen? Du ziehst ja theoretisch zu hoch. Wenn wir das mit einer machen würden, wäre es wahrscheinlich zu langsam, oder? Und dann zickt das daran rum, genau. Deswegen sind da zwei Hydrauliken. Okay. Das macht dann natürlich wiederum Sinn. Wir sollten hier nur die Höhe verringern, damit er nicht zu hoch geht. Ich glaube, darum geht es hier eher. Ah. Einen Ticken mehr. Gucken wir mal auf 30. Ja, wenn wir jetzt das hier natürlich wieder auf den hier anbringen. Sollte der links okay sein. Ja. Und den rechts müssen wir eigentlich nur... ...genau so machen. Und dann sollte das sogar hinhauen hier. Ich hoffe, dass die Lücke dann gerade so... Ah, vielleicht einen Ticken weniger auf beiden Seiten. Bisschen weniger. Gehen wir hier auf, sagen wir mal 15. Und hier machen wir mal 18, um zwei unterschiedliche Distanzen zu sehen. Oh, ich finde 18 fast besser. Ja, wobei, nee. Ich finde die 16 doch besser. Dann machen wir hier noch Stahl draus. Und dann hoffe ich, dass es den Aufprall aushält. Könnten sogar noch ein Stück runtergehen, oder? Schaffen wir es auch mit... Also sogar 15. Schaffen wir es mit 14? Je knapper das natürlich ist, desto besser. Wir können noch runtergehen. Ich glaube, 12 tut es auch. Mal versuchen es mit 11. Es ärgert mich immer noch ein bisschen, dass ich das... ...nicht gerafft habe. Dass ich das Level halt quasi schon gespielt habe, dass die Welt halt zurückgegangen ist. Nicht in die nächste Welt. Wie ärgerlich. Ja, da haben wir es. Wunderbar. Natürlich gut, dass da ein kleines bisschen Pre-Build war, weil sonst wäre ich da niemals draufgekommen. No Problem. Mit 11.1.1.1. Schöner Preis. Oh, das ist auch gut. Mit so einer Erweiterung, dass er eben festhält. Aber wir sind deutlich günstiger als Tiki Cry. Aber es war auch nur aufgrund des Pre-Buildes. Nächstes Level. Joint Work Master Mode. Budget ist sehr viel höher. Man hat Seil, Kabel, Federn und ein paar Pre-Builds. Aber die Straßen sind festgelegt. Und der Traktor möchte nicht weitergehen. Er hat Angst vor Hydrauliken. Oder Wasser. Ich glaube, in jedem Fall soll es eher auf Hydro gehen. Also für Hydro Hydrauliken nachvollziehbar. Warum ist das hier da? Also das Ding ist im Prinzip, A fährt, wenn A am Ziel ist. Es gibt kein A21. Doch da, aber er fährt nicht weiter, oder? Die fahren beide gleichzeitig. Er stoppt hier. Er soll wirklich darüber katapultiert werden? Ist deswegen das hier da? Ich glaube, darum geht es. Dass er rüber katapultiert wird. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was ich von dieser Menge an Pre-Builds halten soll. Ich bin da ein bisschen unschlüssig gerade, wenn ich ehrlich bin. Einerseits sage ich natürlich vielen Dank für den Hinweis, weil ich da eben teilweise definitiv nicht drauf gekommen wäre. Also gerade mit dieser Doppelhydraulik im letzten Level, das wäre überhaupt, da wäre ich niemals drauf gekommen. Das muss ich halt leider auch soweit sagen. Aber es nimmt natürlich auch dann dementsprechend die Aufgaben von mir weg. Das wird nicht halten. Oder doch, das hält. Tatsächlich. Guck mal einer an. Aber nicht weit genug. So, wir müssen das ja mal einen Ticken länger machen. und den hier drüben noch festzuhalten. Es wundert mich übrigens, dass das hier alleine schon hält. dass da das, äh, das, äh, der, der, der Moped Traktor hier, hier, wie heißt er gleich? Ähm, Motorradfahrer rüberkommen. Manchmal sind Worte echt schwer. Kann ich dich hier anlehnen? Nein, nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Immerhin das hält. Der flieht jetzt nur nicht weit genug. Ich kann mir vorstellen, dass wir, ähm, das hier quasi als Fangnetz nutzen sollen. Und dass es dafür eben hier noch den hier gibt, der leicht kompressed wird. Damit der hoch geht, er fliegt da rauf, wird dann mit dem aufgefangen und wird ins Ziel geholt. Und zwar schnell genug, bevor das hier irgendwie das Schiff kommt. Ah, nicht ganz, warte. Der nach da und der braucht hier noch eine Verbindung. So. Damit das Ding auch als Arm funktioniert. Jetzt wird der nämlich darüber katapultiert. Ich hoffe, dass der ihn dann quasi mitnimmt. Ach nee, der ist zu früh. Wir brauchen keine Hydraulik. Wir haben keine Hydrauliken. Warum gibt es zwei Hydraulikphasen, wenn wir nicht bestimmen können, wann welche Hydraulik funktionieren soll? Bin ich mir unsicher. Ob mir da allerdings eine Lösung einfällt, seht ihr frühestens in der nächsten Woche. Wenn es weitergeht im Mastermode, dann definitiv nicht mehr mit Leveln, die ihr schon kennt. Weil wir werden nicht nochmal dasselbe Probleme haben, wie vorhin, dass wir ein Level wiederholt spielen. Bis dann, euch noch eine wunderschöne Woche und auf Wiedersehen. Bis dann, euch noch ein paar Details. Untertitelung des ZDF, 2020